ja hallo ich herzlich willkommen zu einer weiteren ausgabe von klein coaching und consulting services und heute geht es um das thema lied generierung lied generierung und ja hierzu eine kleine vorab eine kleine geschichte letztens habe ich einen uralten freund getroffen zufällig am hauptbahnhof in münchen aus der abiturzeit noch und wir mussten zufällig denselben weg und als wir so in der s-bahn nebeneinander saßen 10 bis 15 minuten haben uns einfach so diese typischen fragen einfach gestellt aber was machst du so wie geht es dir so und hast du familie ja da habe ich eben auch gesagt ich bin unter anderem kaltakquise experte ja okay was ist überhaupt ein sona da hat er mit dem eigentlich gar nichts zu tun gehabt wir hatten uns über 15 jahre nicht gesehen und so lange war das letzte klassentreffen schon wieder her und ja und er selber er arbeitet für das wirtschaftsministerium mittlerweile ja ist banker ursprünglich gewesen und so weiter und so fort also super erfolgreich verdienten haufen kohle und alles und also mit meinem überhaupt nichts zu tun gehabt und dann habe ich hatte mir das gefahren habe ich gesagt ja das ist man über das telefon sozusagen habe ich ihn versucht ganz ganz banal zu erklären betreiben wir einfach marketing und so weiter und dann hat er einfach gesagt telefon marketing lang vieles wort verkaufen ja oder sales und dann so ist es nicht so wie diese diese drücker kolonnen oder sowas na und dann rote alarm leuchten und so weiter und leider ist es eben so dass viele die die einfach über verschiedene falsche eindrücke massen medien und was weiß ich ja einfach dieses bild von von kaltakquise haben ja immer dieser ja dieser staubsaugverkäufer der so nervt an der tür und dieses alte bild eben noch ist ja auch nicht zu verdenken und wenn man sich mit dem thema nicht befasst oder nichts zu tun hat in seinem alltag oder in seinem leben und habe ich ihn einfach erklärt irgendwie versucht zu erklären ja einfach so innerhalb dieser zehn minuten oder dieser fünf minuten die ich dann auch hatte ja mit druck hat das ganze schon was zu tun ja nur ja dass nicht wir oder ich als kaltakquise experte ja den druck erzeugen ja also um was zu verkaufen um einen termin zu generieren et cetera et cetera sondern dass wir sozusagen den druck suchen ja das heißt wir sind letztendlich nichts weiter als wie druck suchende ja wir suchen eine situation in einem unternehmen entsprechend den ansprechpartner dazu der sich um dieses druck thema kümmert oder der dafür verantwortlich ist ja und den gewissen druck hat ja und desto stärker der druck desto ja desto wahrscheinlicher ist es dass daraus ein termin beziehungsweise ein verkauf stattfindet ja okay was meistens genau mit druck oder so und dann habe ich versuchten ja diesen paar minuten des ihm zu zu erklären auf einer gewissen meter ebene das ist auch versteht was hat von it und allen den kram überhaupt keine ahnung hat uns über 15 jahren nicht mehr gesehen und dann habe ich ihm gesagt ja ich stelle mir vor ein unternehmen hat einen it leiter oder einfach einen abteilungsleiter von irgendeiner abteilung und der hat eine gewisse ist situation ja die hat jeder ja und in dieser situation entstehen aber schwachstellen probleme kosten entstehen die nicht sein dürfen oder es müssen oder hat die auflage bekommen kosten zu reduzieren um wettbewerbsfähig zu bleiben technologien haben sich verändert et cetera et cetera das heißt hier gibt es einen entscheider also einen verantwortlichen in einem unternehmen das kann it leiter sein oder irgendein auch jemand anders und der eine gewisse ist situation und diese ist situation ja ist nicht mehr gut genug das heißt hier muss ein change also eine veränderung stattfinden ja und unsere aufgabe als katequise experte ist es diese leute zu finden mit dieser mit dieser ist situation ja wo ein druck herrscht dass eine veränderung stattfinden muss ja und dann hat es auch ungefähr geschnallt ja also sofort obwohl dem ganzen kram keine ahnung hat und ja da war ich die zeit auch schon wieder vorbei haben und noch mal die nummern ausgetauscht und vielleicht treffen uns noch mal offen auf ein bierchen zu zwitschern ja irgendwo im biergarten in münchen ist jetzt wieder schön und und genau und genau das möchte ich einfach noch mal betonen ja also kaltakquise oder dieses ganze telefon marketing selbst und so weiter das hat wenn man es richtig macht natürlich ja seriöses telefon marketing akquise und so weiter es gibt vielleicht auch andere ja wenn man es richtig macht dann geht es eigentlich nie darum irgendwie druck zu erzeugen sie geht es darum dass du als kaltakquisiteur den druck erzeugt sondern du bist auf der suche nach druck ja auf der suche nach druck du suchst druck der schon besteht ja und das machst du über recherche über offene fragestellungen etc zb ich habe da schon drei dutzend zu vier dutzend videos dazu gemacht ja verlinke ich euch am ende dieses videos auch noch mal und genau darum geht es und wenn dann so eine situation stattfindet dann ist es sozusagen der entscheider der verantwortliche also mein gesprächspartner mein gegenüber der das sozusagen den termin vorschlag im grunde dann unterbreitet ja der will dann den termin der will sich dann sozusagen das portofolio die dienstleistung meines kunden anschauen und das ist eben sozusagen die wahre kaltakquise ja das ist echte kaltakquise alles andere weiß ich nicht ob man es dann auch so nennen sollte ja und ja so viel so weit so gut unterm strich mal noch mal sagen grundsätzlich auch was kaltakquise betrifft das zählt aber auch für alle viele viele andere situationen im leben zum beispiel in einem vorstellungsgespräch ja es gibt letztendlich nur zwei situationen zwei ist situationen oder zwei möglichkeiten die einen change herbeiführen ja und ein verkauf ist immer ein change ja also einem verkauf folgt immer ein change ja und es gibt nur zwei möglichkeiten wo tatsächlich ein change herbeiführen und wo alle verantwortlichen dazu bereit sind einen change herbeizuführen und den zusätzlichen aufwand und die mühe und die anstrengung und die kosten eventuell oder die ausgaben die man erstmal auch tätigen muss für das neue produkt die dienstleistung um überhaupt um sich das alles sozusagen anzutun gibt es nur diese zwei möglichkeiten und das ist möglichkeit nummer eins ist der leidensdruck ist groß genug ja für eine eine veränderung um eine veränderung herbeizuführen möglichkeit immer zwei die begeisterung für neues ist groß genug um eine veränderung herbeizuführen ja es gibt nur entweder der leidensdruck ist groß genug oder die begeisterung für neues ist groß genug ja und was anderes 99,5 prozent aller verkäufe da ist entweder der eine oder der andere fall gegeben ja und alle anderen termine die du vielleicht denkst dass du generiert oder manche meinen sie müssten jetzt termine erzwingen oder ähnliches die 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 gehen in luft auf ja und deshalb schaffen wir es auch teilweise über eine conversion rate ja von 55 prozent und mehr ja das heißt jeder zweite termin resultiert teilweise in ein geschäft früher oder später ja das ist durchaus möglich wenn man einfach diese grundregeln befolgt respektiert akzeptiert vor allem und eben hier keinen druck erzeugt in der kaltreise sondern druck den druck sucht ja auf der suche nach druck ist und den sozusagen ja mit der produkt mit der lösung die man dann sozusagen an den mann bringt ja das erstmal einen termin macht und so weiter erst mal einen termin generiert ja den druck sozusagen zu lüften ja und darum geht es unterm strich in der kaltakquise in der telefonakquise ja im b2b sales prinzipiell ja 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 so weit so gut ist jetzt auch wieder ein bisschen längeres zehn minuten video geworden passt ideal perfekt beautiful day ja e una bella giornata und ich wünsche euch viel erfolg happy hunting ja bis zum nächsten mal euer thomas klein von klein coaching und consulting services und tschüss sayonara das redania abieren zu färber auf holländisch bis zum nächsten mal euer thomas klein tschüss